Erstmal Gratulation an Rügel und seine Mannschaft zu den drei Punkten. Sehr, sehr ärgerlich für uns. Da hätten wir heute ein Kultchen vergeben. Wir haben eigentlich ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir haben gewusst, dass Köln sehr stark rauskommt. Wir haben ein sehr starkes Paraglet. Es ist bitter für uns. Es hat jeder gesehen, dass wir sicher eine Sekunde vor Schluss haben. Wir haben es gleich in Frankfurt schon geschafft. Das ist natürlich bitter. Wäre schön gewesen, wenn es in die Verlängerung gegangen wäre. Jetzt stehen wir hier hinten. Sehr, sehr ärgerlich. Aber diese letzten anderthalb, zwei Sekunden. Ich hätte gesagt, das Spiel ist schon dabei. Aber es sollte so nicht passieren. Es ist bitter. Für uns geht es seit den Uartagen. Wir müssen das ganz schnell aufhaken. Und im nächsten Spiel wird gut. Danke. Vielen Dank. Wunsch zum Segen. Erstmal danke, Armando. Guten Abend. Ich habe genau so, wie Manuel schon gesagt hat, im ersten Drittel. Ich habe Nürnberg stark gesehen, was der Kabin ist. Das zweite Spiel hintereinander. Man merkt uns schon an, dass wir heute das achte Spiel in 16 Tagen gespielt haben. Wir starten langsam. Und auch heute haben wir uns wieder mühsam im ersten Drittel ins Spiel reingekampt. Im zweiten Drittel waren wir besser. Wir sind besser im Spiel gewesen. Und ich habe eigentlich beide Mannschaften im gesamten Spiel sehr ausgeglichen gesehen. Ein sehr enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Und ich glaube, die Torhüter waren vor allen Dingen im Mittelpunkt. Und ja, es war dann abzusehen, dass die zwei Tore, die dann gefallen sind und am Ende das Spiel entschieden haben. Beide mit einem Spiel mehr für die Mannschaft. Auf der Meister ist das Tor gefallen. Und ja, ich freue mich natürlich für die drei Punkte. Für uns ganz wichtig, um in diesem Rennen zu bleiben, in dem wir sein wollen. Und ich für den sechsten Platz. Und ja, ich glaube, im letzten Drittel habe ich viele Sachen gut gemacht. Ich glaube, ich muss echt sagen, wir brauchen, glaube ich, uns wird wirklich auch gut tun, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit durchspielen mussten, sondern dass wir mal eine Woche haben, wo wir trainieren können. Und ein bisschen nach oben regenerieren. Und dann geht es am Freitag. Und dann geht es weiter vor uns. Also, ich bin stolz auf die Mannschaft. Gerade, wie sie sich durch die ganze Phase jetzt durchgekämpft hat, mit engen Spielen gegen sehr starke Gegner. Und Nürnberg ist auch so eine Mannschaft für uns, die, ich weiß nicht, ob wir nicht liegen oder sie uns nicht liegen. Aber das ist einfach eine Mannschaft, die mit viel Tempo kommt. Und einfach jeden Fehler immer ein anderes ausnutzt. Und ganz gesagt, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel heute gemacht. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen Pause. Und dann werden wir wieder neu eingreifen. Danke schön. Robert, es kommt ein längerer Aufsatztritt. Zwar nicht mehr so ganz die Taktung der Spiele, so alle zwei, drei Tage, sondern verteilt auf einen Monat. Du hast nicht alle Mann beisammen, legt ihr bis zum Ende der Transferperiode nochmal nach vielleicht? Du hast nicht die richtige Frage für mich, weil jeder kippt meine Einstellung dazu. Ich hätte lieber gestern oder ich hätte lieber schon im September Spieler verpflichtet, wenn die auf dem Markt sind. Aber wie gesagt, wir sondieren den Markt. Das ist so die Terminologie, die benutzt wird. Und wir werden das weiter diskutieren. Ich glaube, dass auch kurz oder lang, gerade mit der Taktung der Spiele, das ist vielleicht der größte Faktor für mich, nicht so wichtig, probieren, ob wir auswärts oder zuhause spielen. Aber wenn die Masse der Spiele ohne Regeneration kommt, dann hast du Verletzungen. Und die musst du ja nur mehr kompensieren können. Ich bin mit dem Endspurt. Ich freue mich jetzt, dass wir etwas weniger Spiele jede Woche spielen. Dann können wir uns jedes Spiel in Ruhe vorbereiten. Und ich glaube, dann fahren wir dadurch auch, ob wir auswärts spielen müssen. Maxi Kammerer, Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie schafft ihr das, in der aller, aller, aller letzten Sekunde noch das Tor zu machen? Ich glaube, 60 Minuten gesehen haben wir heute wirklich ein ordentliches Spiel gemacht. Ich glaube, wir sind gut gestanden, haben wenig Fehler zugelassen, haben unser System wirklich von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Ja, war natürlich unglücklich, eine Minute Verschluss in Ausgleich zu kriegen. Ja, da haben wir natürlich daran geglaubt und wurden auch belohnt. Ja, wo nimmt man die Energie her? Es war ja noch nicht das erste Mal, dass ihr so in buchstäblich, ja, Bruchteile von Sekunden waren es ja nur noch, dann noch den Treffer macht und das Spiel wieder auf eure Seite zieht. Ich glaube, dass wir dieses Jahr schon öfters gezeigt haben, dass wir wirklich viel Charakter und auch immer an uns glauben. Das steckt einfach bei uns in der Mannschaft. Deswegen, ja, also auch wenn es nur noch sechs Sekunden waren, wir hatten ein Play, das wir uns davor ausgedacht haben oder wo wir alle auf der gleichen Wellenlänge waren. Und das natürlich so funktioniert. Ja, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber wenn man daran glaubt, dann passiert das auch.